Hallo, herzlich willkommen. Wie ihr ja wisst, bin ich Katastrophen gewohnt. Aber heute geht es nicht um mich, sondern um das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und um all die Menschen, die bei Katastrophen helfen. Zum Beispiel hier, die Kinder im Waldkindergarten. Sie spielen hier, haben Spaß, aber sie wissen etwas nicht. Etwas, das man hier weiß. Das ist die Zentrale des Deutschen Wetterdienstes. Hier werden Wetterberichte gemacht. Dazu muss man erstmal wissen, wie das Wetter heute ist. In solchen Wetterstationen wird das Wetter beobachtet. Windstärke und Windrichtung werden gemessen, Temperatur und Feuchtigkeit, Luftdruck, Wolkenröhe, alles Mögliche. Nicht nur am Boden, auch in der Luft. Von Flugzeugen zum Beispiel. Von Bojen auf dem Meer, von Wetterballons, von Satelliten und Regenradarstationen. Eine riesige Menge von Daten ist das, die da beim Deutschen Wetterdienst ankommt. Zahlen über Zahlen. Aus der ganzen Welt. Wie wird man mit solchen Zahlenmengen fertig? Da hilft nur der Computer. Und beim Deutschen Wetterdienst brauchen sie einen besonders großen. Der macht aus den ganzen Zahlen Wetterkarten. Für heute und die nächsten Tage. Frau Anger macht dann den Wetterbericht. Heute sieht sie, dass ein Orkan auf uns zukommt. Das gibt sie natürlich sofort an Herrn Schöppert weiter. Der ist für Unwetterwarnungen zuständig. Rot ist der größte Teil von Deutschland. Da ist Orkan-Gefahr. Aber auch anderswo kann es sehr stürmisch werden. Da auf dem Satellitenfilm ist zu sehen, wie der Orkan kommt von Nordwesten. Im gemeinsamen Melde- und Lagezentrum Bund und Länder haben sie die Warnung auch bekommen und werden tätig. Auf der Internetseite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden Warnungen und Ratschläge veröffentlicht. Auch im Radio wird die Unwetterwarnung verbreitet. Und hier noch eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Orkanböen in weiten Teilen Deutschlands. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie nach Möglichkeit den Aufenthalt im Freien meiden und lose Gegenstände rund um Haus und Garten sichern. Also zum Beispiel Mülltonnen dahin räumen, wo sie nicht umgewirrt werden können, durch den Wald gehen und Fenster schließen. Auch die Polizei weiß natürlich Bescheid und hält die Augen offen. Wer die Nummer 112 gewählt hat, kommt hier an, bei der Leitstelle der Feuerwehr. Hier werden die Anrufe auf der Einsatz 2 angenommen. Es wird gefragt, was, wann, wo passiert ist. Und dann wird entschieden, wie man am besten und schnellsten helfen kann. Und vor allem, wer das tun soll. Für Einsätze mit schwerem Gerät ist das technische Hilfswerk, THW, zuständig. Die haben die großen Maschinen. Und sie haben auch die Möglichkeit, sie überall hinzubringen. Ist ja auch nicht unwichtig. Die Jungs vom THW stehen schon mal bereit. Wenn es bei einem Orkan Verletzte gibt, braucht man mehr Krankenwagen als sonst. Hier beim Arbeiter-Samariter-Bund checken sie nochmal alles. Sind noch alle Medikamente da? Vielleicht welche abgelaufen? Und wie sieht es mit dem Verbandszeug aus? Und wie steht es mit dem Beatmungsgerät? Alles klar, die Arbeiter-Samariter stehen bereit. Auch die Freiwillige Feuerwehr hilft natürlich bei Katastrophen. Kettensägen haben die, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu kriegen. Und Leitern, wenn in 30 Metern Höhe geholfen werden muss. Lampen zum Warnen und Absperren. Und Leuchten für den Einsatz bei Nacht. Auch die Freiwillige Feuerwehr steht bereit, zu helfen. Daneben stehen auch die Malteser bereit. Die haben auch Krankenwagen. Aber für den Fall der Fälle haben sie zusätzlich aufblasbare Krankenstationen, die ganz schnell bereit stehen, um Verletzte aufzunehmen. Wie ein kleines Krankenhaus sind die ausgestattet. Alles klar bei den Maltesern. Möglicherweise muss auch Reisenden geholfen werden, die an Bahnhöfen und Flughäfen gestrandet sind. Da helfen zum Beispiel die Johanniter. Die haben mobile Küchen, wo man kochen und Kaffee oder Tee machen kann. Sogar ein kleines Kraftwerk haben die an Bord. Tja, alles klar zur Essensausgabe im Restaurant zum Johanniter. Nicht nur an Land muss bei einem Orkan geholfen werden. Auch auf dem Wasser. Dafür ist ihm die LRG zuständig. Da hat man schnelle Boote, die schnell zur Stille sind, wenn zum Beispiel jemand vom Orkan ins Wasser geblasen wird. Gut, dass auch die bereit sind zu helfen. Nicht nur Menschen können helfen, auch Hunde. Die hier sind beim Roten Kreuz. Mit ihren feinen Nasen können sie zum Beispiel helfen, Verschüttete zu finden. Die Hunde können natürlich auch dahin gebracht werden, wo man sie braucht. Die Hundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes steht bereit, beim Orkan zu helfen. Wenn ein Orkan im Anmarsch ist, also Fenster zumachen, Balkonpflanzen sichern und raus aus dem Wald, so wie das hier die Kinder vom Waldkindergarten machen. Tja, auch ich sollte machen, dass ich aus dem Wald verschwende. So viele Helferinnen und Helfer. Die meisten von ihnen übrigens ehrenamtlich. Da kann ich mich zu Hause aufs Sofa setzen und mir den Orkan im Fernsehen angucken. Ganz schön was los. Da kann viel passieren. Wie gut, dass so viele bereit sind, in der Not zu helfen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020